Nach rund zwei Jahren Bauzeit war es heute soweit. Das Band des neuen Kundencenters der Stadtwerke wurde durchgeschnitten. Als sich die Türen des neu gestalteten Gebäudes in der Saalstraße erstmals öffneten, nahmen die Verantwortlichen auch gleich die ersten Kunden in Empfang. Die Geschäftsführer und Vertriebsleiter der Stadtwerke Energie, Jena Nahverkehr, Jena Wohnen und der Jena Bäder kümmerten sich persönlich um die Anliegen der ersten Gäste. Der gemeinsame Standort der verschiedenen Stadtwerke Unternehmen ist nicht nur für Jena eine Besonderheit. In dieser Form mit diesen vier Unternehmen an einem Ort ist das tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal. Das gibt es in dieser Form unseres Wissens nach in Deutschland noch nicht, jedenfalls nicht mit einem so großen Wohnungsunternehmen. Das heißt, das Besondere ist, dass man sich jetzt hier nicht nur die Wohnung mieten kann, sondern gleich noch den Stromtarif oder auch noch ein Nahverkehrsabo und gleichzeitig noch eine Jahreskarte für die Bäder. Das heißt, man kann doch einen Großteil dessen, was man so täglich erleben kann, hier direkt buchen. Das neue Kundencenter erstreckt sich über drei Etagen auf etwa 870 Quadratmeter. Bei der Umgestaltung des Gebäudes wurde das Augenmerk auf ausreichend Platz und ein modernes Interieur gelegt. Aber auch zeitgemäße Services wie digitale Terminbuchungsmöglichkeiten kommen im neuen Kundencenter der Stadtwerke nicht zu kurz. Mit dem Zusammenlegen der Stadtwerke Energie, dem Jena-Nahverkehr, Jena-Wohnen und den Jena-Bädern möchte die Stadt die Wege der Kunden zu den einzelnen Stadtwerkeunternehmen verkürzen. Außerdem bietet das gemeinsame Kundencenter den Unternehmen eine einmalige Chance der Zusammenarbeit. Ich glaube, wir werden künftig voneinander lernen und ich glaube, wir werden voneinander eher begreifen, was will der eine Kunde und wünscht sich der Kunde vom anderen und können dann versuchen, diese Produkte auch zu kombinieren und zu optimieren und den Kunden Angebote zu machen, dass er wirklich gerne auch einfach Kunde der Stadtwerkegruppe ist. Die letzten Umbauarbeiten werden aktuell noch zu Ende gebracht. Vor allem der große Beratungsbereich mit seinen abgetrennten Abteilen muss noch fertiggestellt werden. Auf www.stadtwerke-jena.de slash Kundencenter erhalten Sie weitere Informationen oder können vorab einen Termin vereinbaren. Das Kundencenter hat montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 14 Uhr geöffnet.